Welche Grundprinzipien Weisen auf den wahren Weg Sieh, ob der Geist arbeitet Ob die Wahrheit ausgedrückt wird Sieh, wer bezeugt wird Und was es dir bringt Denn Glauben an Gott heißt Glauben an Gottes Geist Glauben an den Mensch gewordenen Gott Ist Glauben an die Tatsache Dass er die Verkörperung Des Geistes Gottes ist Er ist Gottes Geist Der die Form des Fleisches annimmt Er ist das Wort, das jetzt gleich geworden ist Du solltest auch sehen Ob die Wahrheit so ist Die Wahrheit ist es Menschen, normale Lebensdisposition Normaler Verstand, Einsicht, Weisheit Und das grundlegende Wissen, um ein Mensch zu sein Die Wahrheit, die Gott für den Menschen vorgesehen hat Als er ihn schuf Führt den Weg zu einem normalen Leben Verlangt die Wahrheit von Menschen Eine normale Menschheit zu leben Ist es praktisch? Ist es zeitgerecht? Wenn so die Wahrheit so verläuft ist Dann werden Erfahrungen des Menschen echt Ihre Menschheit und der Sinn wird ganz Ihr spirituelles Leben und ihr Leben In Fleisch werden auch geordneter Ihre Emotionen normaler Jetzt gibt es noch ein Gebot für dich Um den wahren Weg zu erkennen Verhilf dieser Weg Den Menschen in seinem Wissen um Gott zu wachsen In seinem Wissen um Gott Die Wahrheit sollte die Liebe für Gott In des Menschenherz inspirieren Und sollte den Menschen ewig näher an seine Präsenz bringen Wahrheit bringt Realität Bietet Versorgung für das Leben Finde diese Prinzipien dann Finde den Weg, der wahr ist 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 Der Weg, der wahr ist Vielen Dank.